Hallo und Willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist mit euren zwei Lieblingsagenten Hydrox und Ecotone. Wir, nach diesem etwas längeren Wellenritt letztes Mal, haben wir uns gedacht, schieben wir mal eine Mission von Bricks dazwischen, in der wir mal wieder ein bisschen mehr Stealthy vorgehen. Zumindest ist das geplant, richtig, Hydrox? Ja, vielleicht. Vielleicht. Genau. Vielleicht. Gott, dann legen wir los. Zumindest ist es das Leben. Ach, und hallo zusammen. Ja, ja, du darfst auch noch hallo sagen. Außerweiße. Ja, hui. Du bist wirst das. Nee. Stimmt. Hast du letztes Mal schon versucht? Nee. Oh, klitzen. Oh. Oh. Und Badat. Dintro cutscene. Den hab ich schon mal gehört. Okay. Den. Prozent Prozent Matic vorwärts wir haben kein Geld Prozent gut ich habe erst 11 Sachen dabei und zumindest ein paar Schicht das ist doch die Lady erst mal ausreden damit meine ich nicht Breaks wir müssen nach unten finden ich habe eine Treppe gefunden ich bin ein Pfarrfinder machen wir weiter Powerwinter da ist ein kleines Steinchen im Weg und ich kann mich nicht fallen lassen der Weg ist zu Ende dann nehmen wir einen anderen du kannst drei weg ist er nicht nehmen wir einen anderen als wenn er sind was anderes ach war es echt oh Schatz oh 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 warte mal Sam Briggs ich kann unter euch an Berg Bewegungen ausmachen ach danke warte mal wir könnten auf beide vielleicht noch runterspringen oder? das ist der Plan okay drei zwei eins go oh oh ja MLG hab ihn getötet das auch bei dir ist das ja normal hast du was gegen den Black Panther Black Panther persecuted ja ja na schade mach keinen scheiß das ist der plan das ist wenn du einen plan machst ja ich habe es gerade auch nur leicht abgeendet ich habe keinen einzigen von den markierten im visier meine schuld ausgeschaltet schild wankt schild fällt scheiße ich war hinter der kiste in deckung ich hab dich gerade für den anderen toten ich war genau hier besser wie auch immer das gerade erstmal die lage checken abseilen hätte ich gesagt abseilen ok ja tatsächlich hier lebt keiner mehr erstmal abseilen das ist mann ja immer mit der ruhe ah ah ja komm ja Pricks mach steht davor und schaut wie schwebler wird es blitzt dam 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 oh da 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 ich den linken du den rechten von mir aus drei zwei eins sehr nice Teamwork Teamwork ist was meines gar nicht so nice uh hab ich den erwischt wir beide haben ihn erwischt hast du auch drauf geschossen ich hab ihm den Helm runter geschossen ich hab zweimal auf ihn geschossen Helm und Fresse Achtung Schnüpper o 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 Pricks pricks Eine innere Grenzpatrouille hat den Konvoi auf der Brücke als Schmugglerkonvoi identifiziert ihr habt Erlaubnis ihn auszuschalten OCH Pph sehr viel Kontakt Schocken sie gegen den Kugwurf Bööööre Dörrum Dörrum dör Kane bough da noch da noch hier klar Musch NAF Fliege kilometers Fliege exhibited ab Antrim Ich bin froh, dass du nicht meinen Sound hast, während Spinter Cell disconnectet immer meine Maus. Jemand hat meine Drohne nicht geblieben. Aber ich habe einen Sniper erwischt. So, ich hatte eine Drohne raus. Meine Drohne ist irgendwie nicht mehr ganz... Drohne? Das ist Drowick für mich. Ey, was? Sind wir wieder versteckt? Ja. Ich habe auch gerade dafür gesorgt, dass das so bleibt. Sehr gut. Guck mal, da kommt das zum Einfangen, Rotte. Habe ich nicht... Ah doch, ist getackt das Einfangen. Ist das ein dicker? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn der Roche? Ja, der ist schon fast bei dir, du. Ja, der ist sogar ganz bei mir. Aua, darf ich erschießen? Muss ich. Schade. Ich war gerade noch am... Verpiss dich, verpiss dich, da kommen... oder wo du willst. Ohohohohohohohohohohohoho. Yeah. Wir kommen da nicht rein, wie geht's weiter? Warte. Ruuuh, wir finden ihn. Ruuh. Er sagt, wir kommen da nicht rein. Ja, ich hab's gehört. Hm. er kann scheinbar nicht klettern gott ich verstecke mich am besten neben dem propan gas tank hier schaut sicher aus die waren in kampfmodus da schießen sie sofort auf dich wenn du pfeifst oder so und das als counter-terrorist jetzt müssen wir 15 meter weg gehen dass wir es zünden können das ist nichts mit Alahu ne ich einfach nicht du wie komisch die Kiste runtergeflogen ist kann ich da drüber oh ach jetzt davon durch gemeinsam ah, die da bewegt dich ich bin alt weißt du wie viel Spiel ich schon war wir scheinen für eine größere Transaktion abzuwickeln außer der korrupten Polizei ist hier niemand ok hab keiner vom Sonar wie ist Sam hat recht eine gute Aufmerksamkeit noch nicht ok überzeugt ne das sind nur unsere Kisten da hinten die Schmuggler haben sich daran gewöhnt hier das Sagen zu haben ihre Wachen sind nachlässig geworden greift aus einer unerwarteten Position an geht rein, klaut die Daten ganz einfach da ist Lokaisi Lokaisi alles nicht war es gar ein Huhn oder ein Baby ach ach, ich hab nichts gehört Oh, Kässe! 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 erstmal die alte Waffe hinlegen ist das da unten die anlage wir klettern hoch und rutschen am seil aufs gelände hinab ich rutsche rechts ich rufe gerade die möglichen position ich rutsche rechts dieser flüster jetzt auf einmal ich rutsche rechts eine fabelhafte sache der rüttel 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 sie bleiben allein ging was passiert es wurde oben wieso hast du denn weil er mich angeschaut hat ach so wenn man dich anschaut wird man erschossen muss ich mir merken zu einem achtel da ist ich muss mit ihr nur taggen dass ich sehen welchen stockwerk die sind ich glaube da hat jemand was gehört von dir das war ein wufti ach so lehrt hast du zum hacken halten oh eins drin ist ich sag Charlie bescheid vielleicht ist was nützliches drauf oh oh ich hab ein schnippe gefunden ja und ich hab ein problem da steht wieder ein wufti wuft da Oh, oh, Leertaste hacken. Na komm. Datenleitung gefunden. Ich zapfe sie an, Graham. Ja, weiß nicht, dieser Laptop ist, muss Laptop sind was besonderes. Oh nein. Da muss man Leertaste halten. Kinder, merkt euch, als Fachinformatiker können wir bestätigen, man muss die Leertaste zum Hacken halten. Ja, ich habe einen fetten gelegt. Oh, jetzt wollte ich dir gerade helfen kommen. Brauch deine Hilfe nicht. Damit kommst du schon auch nicht. Gut. Sind die unter der Erde? Ja, hier unten ist eine Tür zum gemeinsamen Durchbruch, glaube ich. Okay. Smashing. Kann man so sagen. Lautlich, zumal ich guck mal jetzt erst nach. Ah, kann ich auch selbstständig öffnen. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Wir haben nicht geblendet. Komm, fuck. Ich bin zu seinem scheiß Kopf nicht. Oh, scheiß Viech, Arschloch. Ich wollte doch nur das Datenpaket klauen. Grim, hier steht dein Computer. Hag ihn, vielleicht findest du was. Hab ich längst. Geht da. Negativ, Sam. Such weiter. Wenn du zurück bist. Achso. Haben wir jetzt gerade eisig Alarm geschlagen, haben alle ausgeschalten. Das ist möglich. Wie ist das? Das ist fucking awesome. Komm ich nicht hoch? Alter, ist das hier dunkel. Au. Bitte. Was? Au. Wieso au? Weil gerade hell war, wo ich nachts sich Gerät angebracht habe. Aha. Und dann sagst du au. Hellisch au. Ja. Aha. Gibt's hin. Bin erster. Ja, ich merk's gerade. Ich suche jetzt den Aktenschrank. Verstanden. Ich will auch in Papas Akten kuscheln. Das sind meine Akten. Meine ganz allein. Bei der letzten Position. Über Tage Daten. Ah. Oh. Gehst du mal weiter bitte? Ja. Ah. 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 Ich versperre euch den Weg. Drohne? Bestätigt. Drohne. No, klar. Oh. Oh. Ich hab's leider nicht gesehen, aber... Oh. 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 Ha. Gut, Dietrich. Gut, Dietrich. Jetzt meiner hast du sogar die Tür kaputt gemacht. Stronke. Stronke, Dietrich. Ah. Ah. Heute ist es hier dunkel. Was? Ja. Du musst ja auch immer die Helligkeit runterdrehen. Ich drehe sie so, wie sie vom Spiel empfohlen wird. Ja. Oh. für den splinter cell effekt nix sehen und aus der lause leuchtende lichter ich glaube die haben wir beide doch 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 wir gehen einer nach dem anderen mit der drohne der alte briggs drohnen die schnippen sind doch gut die straße ist ein treuer pilot auch hier mit rad und drohe zur seite steht dr die her r r r r r Oh, sehr schön. Vorsicht, rechte Klasse. Ich bin schon drin, bin schon drin, bin schon drin. Du darfst. Okay. Das ist ja wie ein Call of Duty. Ja, ich kann nicht durch Mailpapel mit einer Rakete durch. Doch, kannst du. Also, die sprengst du auf jeden Fall weg. Die neuen Ziele wurden markiert. Wo? Ach da. Oh nein, ich habe auf die St. Die neuen Ziele wurden markiert. Ziel neutralisiert. Ja, bei mir irgendwo. Mitten auf der Straße müsste er gerade sein. Ich sehe aber gerade... Oh nein. Oh nein, nein. Boah, nicht so schnell. Wow. Yolo. Das ist für unser Taxi. Keinsteigen. Hopp. Yay, Autofan. Gut, du's war. Pretty quickly. Misobi, wie lange haben wir ihn braucht? Seien wir ja gleich. Okay. Ja, genau. Oh, ein goldenes Panther. Wir sind gebetzt. Gucken wir mal. Oh, ein goldenes Assault. Ja, das ist Drohnenschuld. Da darf man zwar nicht so stolz drauf sein, aber... Das ist die Schuld von der Drohne, glaube ich. Oh, viele, viele schöne Punkte. Viele, viele schöne Punkte. Ja, war man recht. War man recht schnell unterwegs. Aber auch... Alles ins Selbst. Oh, 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 oh. Ja, wegen der Drohne. Ja, oh, 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 oh. Ja, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das ist nicht satisfying. Bis wir noch mal spielen geht ja gar nicht. Wirf die Aufnahme weg. Ist okay. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, vielleicht favoritisieren, vielleicht euren Freunden, Eltern, Bekannten, Goldfischen zeigen. Ja, ich denke auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Genau. Wenn es wieder heißt, Splinter Cell Blacklist. Bis dann, Cheerio!